Es ist immer noch der 1. Mai. Ich habe schon die ersten Schritte unternommen, in dem ich bei allen Krisennummern für Frauen angegeben ist, angerufen habe. Sie sind aber nur für häuslich Gewalt insofern zuständig, dass sie mir nicht helfen kann mit den rechtlichen Sachen. Es ist ein bisschen kompliziert, weil was hier stattfindet, ist auf jeden Fall Gewalt. An Artisten, egal ob männlich oder weiblich, und zwar in höchster psychischer Form bis körperlich. Nächster Schritt ist für mich Krisendienst anrufen, um zu fragen, ob sie psychologische Betreuadressen haben, die nicht jetzt unbedingt super krisenmäßig sind, weil ich melde mich davor und dann bei der Polizei anrufen, um mich zu informieren, wie ich mich morgen verhalten sollte. Meiner Meinung nach, und nicht Meinung, vergessen wir die Meinung, die zählt hier gar nicht, meinen Recherchen nach, und Informationen nach, und wie ich juristisches Deutsch verstehe. Mag sein, dass der Mietvertrag gültig ist, aber er kann sich nicht über die Verordnungen hinwegsetzen. Jemand, der kein Sozialgeld annimmt und auch nicht aus dem Kulturfonds sich ernährt, ist mal zwei Monate hinterher, das ist klar. Die zwei Monate wird er ja auch bekommen vom Amt. Ich habe einen Antrag gestellt und habe um Hilfe gebeten, und auch um die Kostenübernahme der Miete, die ich hier schuldig sein werde, bis 30. April. Ich hielt persönlich das für einen angemessenen Ort für mich. Das ist mein Zuhause seit fünf Jahren, mein Atelier. Ich brauche keine Küche, kein Herd, kein Wohnzimmer. Ich brauche Arbeitsplatz. Und nun geht es weiter. Fuck. Aber es ist verdammt kompliziert, unter diesen Umständen zu kommunizieren, überhaupt, egal ob die persönliche Kommunikation oder die Kommunikationstechnik. Ich dokumentiere das mal auch mit dem Krisendienst. Ich habe hier im Atelier gerade drei verschiedene Lampen, damit wir überhaupt diese Herrlichkeit haben, damit ich arbeiten kann, weil die Augen sind langsam müde auch. Das müsste die Stelle in Tempelhof sein. Sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Sie haben jedoch die Möglichkeit, nach dem Signalton eine Nachricht zu hinterlassen. Wenn Sie uns Ihren Namen und Ihre Telefonnummer bitte deutlich nennen, kann der nächste freie Mitarbeiter Sie zurückrufen. Am Tageswerkdorf in der Regel von 8 bis 16 Uhr können Sie sich in den Notfall auch an den sozialpsychiatrischen auf Ihres Bezirkesbänden. Die Rufnummer erhalten Sie über Ihres Bezirkesamt. Ich suche gerade meine eigene Telefonnummer, damit ich die nicht falsch weitergebe und im diffusen Zustand. der Rest dort eindeutig zu lang, also rufe ich nochmal an. Guten Abend, mein Name ist Dugna Forer. Sind Sie zuständig vom Bezirk Tempelhof? Ist das richtig, die Nummer, die mir gegeben wurde? Also, im Prinzip hat Sie wahrscheinlich die richtige Nummer, aber jetzt ist die Nacht bereit, was ich dann dort schon geschlossen habe. Okay. Ich kann aber trotzdem mit mir sprechen. Natürlich, ich habe leider ein bisschen zu viele Probleme auf einmal, aber ich habe eins nach dem anderen anzugehen. Zum Ersten, wie ist das mit psychologischer Begleitung? Weil ich denke, dass ich sie brauche, um meine Kraft einfach beizubehalten. Ich bin eine Künstlerin in dieser Stadt. Ich bin seit fünf Jahren in einem Gebäude mit ganz vielen Künstlern, auch ZDF-Büro- und Herzauto-Vermietung und viele seriöse Sachen. Auf jeden Fall, bei uns wird irgendwie im Haus seit Jahren gentrifiziert. Das ist nicht das Thema jetzt. Im Januar wurde eine Kündigung ausgesprochen, die wir akzeptiert haben hier in diesem Part. Ich bin nicht die einzige betroffene Artistin. Was uns dazwischen kam, ist natürlich auch das Schadam. Ich persönlich wusste, dass der 30. April mein letzter legaler Tag oder laut Mietvertrag, ja, und der 1. Mai zu übergeben. Nun habe ich das Problem aber, dass ich seit der Krise bisher ohne Sozialgelder überlebt habe oder Kredit. Es ist beantragt. Ich renne dem Ganzen hinterher. Ich habe auch den Kanzlei vom Senator ein Brief verfasst und einen Überblick mit Strukturdiagrammen, dass sich jemand einmischt. Weil ich meine nicht, dass er mich einfach auf die Straße setzen kann mit diesen Voraussetzungen. Ich habe auch kein Passport in der Tasche und das weiß er. Hinzu kommt, dass er seit Mitte März seine Mieter belästigt. Mich persönlich hat er sehr oft belästigt und es gibt auch sehr viele Aufnahmen. Ich kenne das Fakten. Und ich bin so durchgefickt, weil ich morgen willig wäre zu sagen, ich gehe. Ich wäre jetzt nicht mal in der Lage, einen Koffer zusammenzupacken. Das ist hier sehr viel Gewalt, sehr viel Psychospielchen abgegangen, sehr viel Scheiße. Ich mache da nicht mit. Ich halte mich in mein Atelier auf und versuche, vernünftig zu sein. Ich bin dem Ruf auf nachgekommen. Ich bin in mein Atelier und jetzt brauche ich Hilfe. Und zwar rechtlich, also auch psychologisch. Zwei Dinge. Ich hoffe, ich habe sie nicht durcheinander gebracht. Nee, nee, Sie haben das ganz wunderbar erklärt. Ich muss ein bisschen was jetzt zu uns sagen. Wir sind gerade in der Nachtbereitschaft gelandet. Ja. Und das blieb so, als ob wir das nicht heute Nacht sozusagen lösen können. Nee, nee. Das war jetzt die Nummer, die ich, entschuldigen Sie, die Interbrechung. Also sagen Sie mir mal bitte Ihre Nummer, die Sie hinten, die Sie gewählt haben. Die 030-39-06-360. 60. Ja, das habe ich. Also 60 ist hinten für Stegletz. Nee, dann habe ich nicht die richtige bekommen, weil sie hat mir Tempelhof oder Neukölln geben wollen, weil das hier ist ein Gewerbemietvertrag. Deswegen ist das gültig, ja. Und noch praktischer wäre für mich eigentlich... Das wäre für mich am einfachsten, weil ich mich da auch gut auskenne und so, dass ich nicht viel Kraft brauche zum Gucken. Also Neukölln ist die Karl-Marx-Straße. Und die Karl-Marx-Straße, das ist hinten die 9.0. Also alles ist richtig, was Sie gesagt haben. Nur hinten ist nicht 6.0, sondern 9.0. Okay, alles klar. Dann ich wiederhole das einfach, weil ich bin wirklich total durch. 3.9.0.6. 3.9.0. Ja, danke schön. Genau. Ja, Karl-Marx. Das weiß ich, das weiß ich. All diese Dinge weiß ich wirklich. Aber ich weiß, weil ich bin jemand... Wir sind hier sehr viele Artisten im Haus. Wir sind alle irgendwie in Berlin überall einfach unter einer gewissen Situation, die uns alle überrollt hat. Ja, ich möchte das nicht an andere transportieren. Die meisten hier wissen nicht einmal was davon, okay? Ich bin jemand, der immer auch Motivation und Lächeln schenkt. Egal, wie viel Scheiße an mir hängt. Aber ich weiß, ich ziehe mich seit Tagen zurück. Und hinzu natürlich erschwert die Situation, dass unser Vermieter uns wirklich wochenlang jetzt terrorisiert hat. Ich habe sehr viel dokumentiert. Das ging schon vorm Schadam los, ja? Und ich habe ihn auch darauf hingewiesen, das hat nichts mit Corona-Krise zu tun, dass er kein Recht hat, weder in einem Miethaus noch im Gewerbehaus das zu machen. Weil der 30.04. ist der Ausdruckstermin. Bis dahin war aber die Kraft schon geraubt. Sie müssen sich vorstellen, ein anderer hier hat schon Angst, weil er hat die Leute bedroht. Ich habe die Artisten alle interviewt und die sind mit Gesicht und mit Einverständnis. Das geht gar nicht, was hier abgeht. Und das ist ein Haus, wo sehr viel auch schon vorgefallen ist. Er ist mit der Presse in Kontakt. Ich versuche mal möglichst, aber ich will die Kulturinstitutionen, die helfen können, mit Ateliers und Räumlichkeiten anschreiben. All das kann nicht irgendwie in ein paar Stunden unter diesen Umständen, wir haben keinen Strom, wir haben keine Toilette, wir haben kein Wasser. Er hat innerhalb von zwei Tagen allen Artisten, wo er bis vor, weil vor sieben Tagen hat er uns wirklich überfallen, damit so nach dem Motto, nichts geht mehr und auch keine Verlängerung, weil es war ja nicht klar, wie es weitergeht. Alle haben einen Raum gekriegt bei mir, ich suche das Gespräch und eine Lösung und er sagt zu mir, fick dich, das ist das, was sie in der Kamera hören, okay? Das ist sein Verhalten. Und dann haben wir jetzt ganz viele Neue im Flurbereich drüben, wo ich aufs Klo gehen könnte, weil die Toilette hat er abgeschlossen. Ich habe kein Wasser, ich habe keine Toilette, ich habe kein Internet. Das ist scheiße, Mann. 22 Leute, davon kenne ich 80 Prozent nicht, weil sie neu sind. Ich will niemandem gegenüber meinen Stress zeigen oder doof sein oder sonst wie, aber es fehlt mir. es gibt ein paar, was für das Haus arbeitet, Renovierung, Putzarbeit und sonst wie. Die sind jetzt auch neu da seit zwei Tagen und das ist die einzige Frau, aber das sind ein Pärchen. Und als Frau fühle ich mich gerade auch nicht unbedingt sehr wohl und ich will auch nicht zu Unruhe beistiften, weil ich meine, das, was hier Methoden hat, Gentrifizierung, ich bin hier seit fünf Jahren dreimal, wo das Haus verkauft. Aber mein Problem ist wirklich am größten, ja, psychologische Betreuung in dem Sinne, dass ich sage, jemand, der mich entlastet, der mich begleitet, zu Terminen, was mir gut tut, das weiß ich hundertprozentig. Der Krisen jetzt wird sie nicht zu Terminen begleiten können. Das ist so, dass sie mit uns telefonieren oder auch gegebenenfalls kommen können, aber vielleicht können sie mit den Kollegen zusammen gucken, ob sie für eine gewisse Zeit eine Begleitung kriegen. Dann müssen sie zum sozialpsychiatrischen Dienst gehen und sagen, es geht mir wirklich sehr, sehr schlecht. Das nennt sich sozialpsychiatrischer Dienst, ja. Genau. Und ich brauche jemanden, der jetzt eine Weile einfach mit mir ist, Einzelfallhilfe oder betreutes Wohnen, unter welchem Label das läuft, aber sowas gibt es. Also das muss man dann beantragen, aber da können die Kollegen im Spät auch mehr Auskunft geben. Das ist schon mal auf jeden Fall eine super Info, ja. Und ich meine, dass das das Wichtige ist, dass mich was, dass irgendwie eine Entlastung kommt. Mir gibt meine Arbeit viel Kraft, was ich tue, viel Kraft. Trotz der ganzen Scheiße suche ich neue Wege, neue Ideen, mich bewegt, dass ich lebe in Berlin, ich liebe Berlin, ich halb pürrigs, aber wenn überhaupt gar keine Ruhe mehr kommt und total, ja. Und im Moment habe ich nicht meinen Personalausweis in der Tasche und das weiß er. Ich habe schon immer meine Miete bezahlt, fünf Jahre lang, ohne jemanden zu brauchen. Das Vertrauen, weißt du, das kann hier, ja, 2000 Artisten waren im Haus, das bestätigen. Ich habe auch noch nie jemanden irgendwie groß ausgeliehen oder das, ja, normalerweise wäre ich in der Lage, mir selbst zu helfen, einen Job suchen, Gastronomie, sonst was, wenn ich in Not wäre, ja. Aber im Moment ist gar keine Kraft da, das heißt, wenn sie morgen, wenn, aber ich denke nicht, dass die Polizei was machen wird, das denke ich nicht, nein, laut Information, aber es ist bescheuert und er hat sich einen super geilen Zeitpunkt ausgesucht, Mai und Wochenende, da erreicht man wenig. und dann haben sie uns schon im legalen Datum das Internet weggekattet, ich habe gestern für eine Mail zwei Stunden gebraucht, über irgendeine Ruhe. Das erschwert unheimlich die Bittegorin. Ich brauche auch psychologische Betreuung, aber für mich ist eins am anderen angehen und das Wichtigste ist für mich geschützte Vierräume und das ist egal, ob ich das für mich als Pause nütze oder arbeite, ja, das ist das, was mir gut tut, ja. Nein, ich brauche keinen Wohnraum, ich brauche ein Atelier, weil, wenn Sie mein Leben hier sehen, werden Sie sehen, ich besitze nur eine Kaffeetasse und Kaffee und, ja, weil ich nehme in Kauf auf dem Boden zu schlafen und das hier weiß auch die Stadt Berlin, das wird seit Jahren, das weiß die Stadt Berlin, wir gucken über alles hinweg, ist es okay, ich muss Ihnen das nicht erklären, aber ich weiß, dass das eine Situation ist, wo man sich nicht über Verordnungen hinsetzen kann und in meinem Fall ist das nicht möglich. Ich kann nachweisen und das sind nicht Freunde, sondern ist ein Businessman, ich wäre umgezogen, wäre das nicht dazwischen, ich hätte ein Atelier, meine Aufträge fallen weg von dem Restaurant, das kann ich auch nachweisen, weil wenn Sie aufmachen, ist nicht klar und wenn Sie aufmachen, werden Sie bestimmt mich als erstes Künstler bezahlen. Ich habe auch Ideen für mich, aber all das ist nicht wichtig jetzt, ich brauche juristische Hilfe und jemand, der mich entlastet mit dieser Kommunikation, die einen abfängt. Das sind die Kindergärten. Das verstehe ich sehr gut. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, aber ich verstehe das sehr sehr gut. Würden Sie sagen, ich sollte jetzt zur Polizei gehen, weil das war der Rat von jemandem, von der Presse, den ich angerufen habe und das, bevor das jetzt so eskaliert war? Was wollte denn der Polizei jetzt sagen? Er sagt, ich sollte hingehen und ihn anzeigen. Nee, der hat uns hier wirklich massiv terrorisiert, wenn Ihr Vermieter alle zwei Tage an Ihr Tür klopft und zu Ihnen fiktisch sagt, weil Sie eine Lösung suchen. Was ist das? Wenn er Artisten bedroht, wenn er Ihnen einen Schlüssel wegnimmt. Und hier sind mehrere betroffen. Ich bin nur eine derjenigen, die sich wehren. Oder was heißt wehren? Die sich es nicht gefallen lassen, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Hätte ich einen Cent, würde ich mir einen Lager anmieten. Ich kann da schlecht einschätzen. Ja, aber ich weiß, dass für mich so ist es, dass die Polizei kann das überprüfen beim Amt, dann ging mein Antrag ein. Sie kann überprüfen meine Kommunikation mit dem Amt, dann. Ich renne Ihnen die ganze Zeit hinterher, seit ungefähr sieben Tagen alle zwei Tage telefonieren, dass das wirklich sehr eilig und dringend ist. Ich habe auch beantragt, nicht. Aber ich habe auch